Eine Augenringebehandlung in optimalster Art und Weise durchzuführen ist manchmal ein sehr feiner Geschick, den man unter der Haut injizieren muss, die Hyaluronsäure und die Menge muss genau kalkuliert werden auf die Hautdicke und auf die Hautschichten und entsprechend der Vertiefungen. Und in diesem Fall, denke ich, haben wir das gut hinbekommen und man sieht hier ein schönes Ergebnis. Und in 14 Tagen sehe ich die Patientin wieder.